Dann klettern wir doch einfach alle hoch. Hallo, kann ich irgendwas machen? Drang der Sprungkraft verwenden. Komm, wir machen das mal. Ich hoffe... So, und die anderen? Oh, das ist ja gemein. Na, immerhin kommt Ruben mit hoch. Läuft. Falls es sowas gibt. Ja, wir sind allein auf uns gestellt. Okay. Okay, wir gehen dann einfach mal hier so lang. Umschalttaste gedrückt, um schneller zu gehen. Okay. Gehen wir mal da hoch. So. Wie könnte es denn da weitergehen? Ich sehe nicht so viel. Ich gehe mal hier lang. Okay, nee, das ist nicht so schlau. Dann gehen wir mal da lang. Immerhin muss ich nicht schleichen, damit ich hier nicht runterfalle. Ich kann mich also schnell bewegen. Guck mal, da unten sind die. Warum sind die jetzt wieder unten? Das ist doch scheiße. Da sind die doch nicht sicher. Also gehen wir doch durch das Labyrinth irgendwie, ne? Aber gut. Wasserfall ansehen. Ja, die haben wir doch gerade da unten gesehen. So, ich versuche gerade immer noch mal nach unten zu gucken, in der Hoffnung, dass ich die da sehe. Ich weiß auch nicht, ob wir hier richtig sind. Also, ganz ehrlich. Ich glaube, da geht es nicht weiter, oder? Ich gehe mal wieder zurück. Kommt man hier irgendwie weiter? Ach, scheiße. Es geht wieder in die andere Richtung. Aber, ne? Ah, geht es da weiter? Es geht da weiter. Guck mal, da sind sie. Da habe ich gerade was gesehen. So. Ach, guck mal. Das ist aber ein hübsches Haus. Das ist echt hübsch. Ja, da finden wir noch hin. Wir haben ja Zeit. So. Gehen wir mal hier weiter. Guck mal, was ist das denn? Eine fliegende Insel. Die fliegt aber nicht so wirklich. Aber wir gucken uns die mal an. Äh, so. Ja, gut. Fliegende Inseln gibt es aber auch so. Habe ich auch schon gesehen. Warte, ich glaube, dahin geht es nicht weiter, ne? Gehen wir nochmal... Oh, da ist Lava. So. Gehen wir mal hier lang. Was haben wir hier? Kaputte Wände. Ah. Alles fliegt. Okay. Ähm. Ich gehe mal ganz nach rechts. Ne, okay. Ich gehe nicht mehr ganz nach rechts. So. Gehen wir mal nach vorne. Ich liebe Labyrinthe. Es gibt nichts Schöneres als Labyrinthe. So. Nehmen wir mal da. Ach, scheiße. Da geht es auch nicht lang, ne? Das ist verkehrt. Okay. Scheiße. Ähm. Können wir... Ich versuche mal gerade... Hier lang zu gehen. Gucken, wo das hier hinführt. Ja, allerdings in die falsche Richtung. Aber vielleicht... Geh weg, Spinne. Aber gut. Es sieht aus, als könnte es hier weitergehen. Okay. So. Gehen wir mal hier hoch. Da war gerade eine Spinne. Ja. Ja. Oh. Guck mal. Ganz viel Lava. Ich glaube, wir müssen... Oh Gott. Ich hoffe, wir sind auf dem richtigen Weg. Ich habe keinen Bock, das jetzt wieder zurück zu gehen. Ich habe auch schon lange nicht mehr die beiden... Äh, die andere Gruppe gesehen. Ah. Kuh, 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 kuh. Drücke ich über Kuh? Ja, ich drücke Kuh. Ach. Drecksspinne. Stirb. Ach. Das war ein Goldschwert. Das habe ich von Anfang an gesagt. Was ist das denn? Eine fliegende Insel. Interessiert mich jetzt nicht. Ich muss hier schnell weg. Wehe, da kommen jetzt noch mehr Spinnen. Weil die können nämlich die Wände hochgehen. Und wenn da unten ein Skelett steht, kann es dich... Oh, da kommt man gar nicht lang. Kann es dich abschießen. Mädel. Und jetzt bist du schutzlos. Na gut, du hast drei Pfeile. Oh nein, hier geht es ja gar nicht lang. Scheiße. Kann man hier irgendwie springen oder so? Springen. Okay. Äh, ja, so geht springen nicht. Okay, ich hatte gehofft, dass das irgendwie geht, aber... Sackgasse. Komm, wir können die Lava runterspringen. Hahaha. Okay, wir gehen wieder zurück. Ah, fuck. Okay. Also, wir sind völlig umsonst hier hingegangen. Obwohl, wir könnten jetzt mal gucken. Hier ist man hier vielleicht lang? Wir entfernen uns irgendwie und das finde ich nicht gut. Wo geht es denn jetzt hier wieder lang? Ich glaube nicht, dass wir hier richtig sind. No. Wir entfernen uns, aber hoffentlich geht es jetzt gleich irgendwann mal nach rechts. Okay. Also links, meine ich. Also das andere rechts. So. In der Hoffnung, dass wir jetzt hier auf dem richtigen Weg sind. Ah, das könnte... Jetzt habe ich vergessen, wo es da lang geht. Ich habe mir nicht gemerkt, wo es da lang geht. Ach, da sind sie. Gut. Oh nein! Du blöde Kuh. Äh. Eh. Muss ich... Ernsthaft? Oh Gott. Die Herzanzeige war aber nicht... Okay, jetzt haben wir gar keine Waffen mehr. Ich habe gerade noch erzählt, wir haben ja wenigstens noch drei Pfeile. Ja. Arschlecken hier. Okay. Dann gehen wir mal hier weiter, in der Hoffnung, dass das irgendwann mal hier ein Ende hat. Irgendwie hoffe ich... Ja, doch. Also eigentlich, ich meine, ich gehe davon aus, wir sind auf dem richtigen Weg. Guck mal, da hinten sind Blobs. Äh, hier so Schleimblöcke oder sowas habe ich da gesehen. Ganz links. Kann man die jetzt sehen? Nee, kann man nicht. Kann man da vielleicht hin? Kann man da irgendwie springen rein oder so? Ist Trampolin-mäßig. Schön zwischen der Lava hindurch. Ich hoffe, da geht es lang. Weil irgendwie bewegt sich die Kamera nicht mit. Ich glaube, das ist eine Sackgasse. Oder? Da geht es nicht lang, ne? Ah doch, guck mal, da. Ist das ein... Das sieht aus wie ein Katapult oder sowas. Oh, man hat einen schönen Aus... Warte, wir gucken erstmal, was in der Truhe so drin ist. Vielleicht sind da spannende Sachen drin. Noch mehr Steine oder sowas. Redstone-Dust, okay. Yay! Damit haben wir gute Erfahrungen gemacht im ersten Teil. So, was haben wir hier? Eine Werkbank, da können wir was bauen. Was fehlt denn hier? Eine Redstone-Maschine ist das, okay. Wir gucken uns erstmal den Abgrund an. Über den müssen wir quasi rüber. Doch, das ist ein Katapult hier. Aber ich weiß nicht, wie es funktioniert. Ich bin da jetzt auch nicht so firm. Wir verwenden das mal. Ah, die kann uns helfen. Wo sind die anderen? Hä? Ihr wart doch vorhin zusammen. Aber du warst mit denen zusammen. Wenigstens haben wir uns wieder gefunden. Yay! Ähm, ja. Wir haben da so ein Katapult. Ach! Da müssen wir das halt machen. Ich helfe dir. Ich habe einen Schleimblock. Ein, ein... Das ist so eine Art Petomobile, bestimmt. Die kannte dich nicht. Sie kannte dich nicht. Sag ich doch. Ach, komm schon. Wir sind besser als sie. Genau. Wir haben den Orden wieder vereint. Siehste? Du schaffst das. Ich habe zwar auch null Ahnung, wie man sowas baut, aber hey. Klar. Also, wir machen einen Sticky Piston und einen Redstone Block. Wie passend, dass wir genau einen neuen Redstone Dust haben. Sticky Piston, weiß ich jetzt, der müsste eigentlich einfach nur so gehen, oder? Ach, Gott. Ich bin nicht so der Piston-Bauer, aber guck mal da. Machen wir jetzt einen Redstone Block raus. So. So. Und so. Guck. Mag ich. Okay. Ein Redstone Block. So. Und jetzt... Was machen wir eigentlich noch mit diesem Cobblestone? Kann man den eigentlich noch für irgendwas gebrauchen? Weil... Oder vielleicht hätte man den vorhin für irgendwas gebrauchen können. Okay, wir müssen das irgendwo anbauen. Wir verwenden das einfach mal so. Weil ich weiß nicht genau, wo der Sticky Piston hin soll. Okay. Let's put the Redstone Block, where it's supposed to go, and place these Pistons. Äh. Äh. Achso, okay. Ich dachte schon, ich hab jetzt irgendwie das Problem, dass ich nicht weiß, wohin. So. Fertig. Sieht interessant aus. Okay. Ich bin stolz von dir, Olivia. Danke, Jesse. Und danke für dich. Ja. Was ist los? Ah. Supi. Äh. Lauft, 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 lauft. Na, fuck. Okay. Feuer und Stein hier. Machen wir an. So. Da. Irgendwie. Und rauf. Hallo, Jesse. Komm schon. Ah. Äh. Oh Gott. Haha. Ja. Fallen einfach runter. Ja. Fallen einfach runter. Huh. Du hattest Angst? Mhm. Er erinnert sich langsam wieder. Das ist super. Das freut mich echt. Hattet ihr aber immer schon so rote Augen? Ich weiß es nicht. Das ist voll hübsch. Hm, das ist der Zauberer der Truppe. Offensichtlich. Was leuchtet denn da so blau? Warum? Was leuchtet da so blau? Das will ich gerne wissen. Das ist hübsch. Das sieht aus wie Redstone, nur ein Blau. Bluestone. Okay. Bücherregal. Gucken wir uns mal an. Okay, wie sieht es hier aus? Ich glaube auch nicht, dass das hier in einem Büro... äh, in einem Büro... Ja, Enchanting Books, die sehen ja auch anders aus. Aber ich will trotzdem mal gucken, was es hier so gibt. Das ist ja ein... ein... ein Wunderland der Bücher. Hi Olivia, wie geht's dir so? Wir sind immer noch ein Team. Team-Power. Hey, du hast fast gesagt Team-Work. Siehst du? Wir sind immer noch lustig. Und wir können immer Dinge gemacht werden. Ich glaube, dass wir gespeichert sind, das bedeutet, dass wir in mehr Bereichen sein können, richtig? Genau. Wollte ich gerade sagen, du hast es jetzt irgendwie nicht besser gemacht. Okay, weiter gucken wir mal hier. Wir gucken mal weiter so. Was haben wir denn hier? What? Was? Mhm. Glaub ich auch. Okay, Sauron, hast du irgendwas gefunden? Als er sich verlaufen hat. Ich sag nix. So. Natürlich. Das darfst du jederzeit. Ich glaube ja nicht, dass das Magiebuch hier irgendwo ist. Ich denke, ich kann mir gut vorstellen, dass es entweder irgendwo versteckt einen Extraplatz hat. Oder das, ja gut, es kann natürlich sein, dass Sauron wirklich, weil, ich meine, der hat sein Haus ja auch ziemlich am Arsch der Welt gebaut und sehr, sehr, ja, ich sag mal so, so Ninja-mäßig, ja, so versteckt. Dass er vielleicht wirklich das, das wichtige Buch hier irgendwo drin versteckt hat. Aber ich glaube, es, guck mal, da ist ein Loch. Der hat, der hat bestimmt noch irgendwo ein Extra-Versteck. Und dann öffnet sich hier gleich irgendwas. Und dann können wir das da rausholen. Ruben, na, wie geht's dir? Ach komm, der hat sich doch nur gewärmt. Aber gut, vielleicht war das ganz gut, dass wir ihn da weggeholt haben. Hey, Gabriel, ne? Ja, scheint so. Naja, er hatte einen gehabt, ne? Alles hat mit einem Trank angefangen. Das, das ist doch, ist doch... Keine Angst, wir finden schon etwas. Yep. Danke. Unser großes Vorbild hat uns gelobt. Okay, ähm, ja, ich mein, der kommt doch schon wieder. Der hat sich doch schon an, an, an Ivor erinnert und an das, das Sauron, äh, nicht gerne fliegt und dass Elgar dieses Gerät da gebaut hat. Da kommt doch alles wieder. Ich hoffe nur, dass die roten Augen vorher auch schon rot waren. Ich muss mir mal eine alte Folge angucken. Ich hab ein bisschen Angst. Wir öffnen mal die Truhe. Ah, okay. Ich weiß, was wir machen müssen. Da ist nämlich ein Loch. Und lass mich raten, in dem Loch ist nichts. Außer Red Star. Hey, Olivia, ich glaube, es gibt ein Redstone hier. Wir müssen einen Helm bauen. Wir können einen bauen. Mich würde mal interessieren, was wäre, wenn wir den Stein nicht mitgenommen haben, hätten. Weiß schon. Den Stein, den wir da, äh, in der Höhle genommen haben. Vielleicht könnte man... ... einen Knopf bauen. Keine Ahnung. Oh. Scheiße. Uns fehlt was. Hm. Ah, das reicht nicht. Okay, warte. Können wir wieder weg hier? Da. Ach Gott, ist das nervig. So. Können wir wieder raus? Oh nein. Nein, nein, nein. Spiel fortsetzen. Äh. Okay. Ah. Ach so. Ah, ja, stimmt. Hier sind ja zwei übereinander, aber von unten gesehen. Ja, okay. Alles gut. Ich hab lang keine Minecraft mehr gespielt. So, jetzt haben wir nämlich die Möglichkeit, einen Hebel zu bauen. So. Hopp. Oh, wie doof. Hab ich versucht, Stickys horizontal zu machen? Nee. Okay. Äh, hier. Da geht's rein. Ich geh mal davon aus, dass wir... Na? Ach so, okay. Ich wahrscheinlich einfach... Ah, Hebel platzieren. Okay, ich wollte ihn schon aus dem Inventar nehmen. So. Können wir den jetzt ziehen? Geh aber bitte da aus dem Weg. Ich glaube, da ist irgendwas mit der Lava. Also, ich weiß nicht, dass... Ich nehme pruebe. Vielen Dank.